Bum 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 Ja hallo und willkommen zurück zu einem neuen Passwort Video zu Super Kirby Clash und diesmal handelt es wir um ein japanisches Passwort, ja, das wird ein bisschen dauern, bis man im Eingeben ist, aber wir gehen ja immer wieder neu durch, gell? Ach ja, also ich bin ganz ehrlich, ich freue mich natürlich über die Passwörter, die schnell eingegeben werden können, aber wenn man halt dafür Apple-Juwelen bekommt, dann möchte man das natürlich schon nutzen, gell? Und für die Leute, die natürlich neu hier sind, wir müssen halt hier entweder von Deutsch auf Englisch auf Japanisch stellen und zwar auf das zweite hier am besten, mit der 50 und jetzt fängt der Spaß wieder an, ja Ähm, weil man hier auch immer wieder hin- und herschalten muss hier immer wieder gucken, welche Zeichen dann genutzt werden und auch Groß- und Kleinschreibung So, das dürfte das erste hier sein Dann haben wir eins mit so einem Strich rechts Also, das hier schätzungsweise Dann haben wir einen Kreis Also, er ist so eine Spirale Ich, nicht wundern, wenn ich immer wieder versuche, äh, grob zu, äh, sagen, wie sich die Zeichen aussehen Einfach aus dem Grund, weil ich dann selber mir ein bisschen helfe beim Suchen Das hier Dann haben wir ein etwas komplizierteres Zeichen Ähm, und er ist links ein Strich und rechts ist jetzt dann halt mit mehr weiter Also sowas wie das hier, nur dass halt dann drei Striche dabei sind Oder eher gesagt schon mehr so ein, also so wie das Zeichen hier, nur dass halt links noch so ein langer Strich ist Deswegen, ähm, das hier Das hier, okay Und zwar, da muss dann noch ein Kreis oben rechts dazu Dann müssen wir hier drauf So, darum ist der kleiner Kreis Ähm Da, 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 da Ich finde es vor allem lustig, dass auch die, dass die Musik hier so ein bisschen japanisch anhört dabei, gell So ein bisschen Okay, das ist das Zeichen hier Ähm Dann haben wir dasselbe nochmal Was wir eben hatten Wieder mit einem kleinen Kreis dran So dann wieder das hier und dann haben ja dasselbe ich hier nur halt etwas simpler aufgebaut kann sein dass es hier ist in der stunde geht es ja auch darum dass man einfach nur sieht wie das passwort ist sondern auch wie man am besten eingibt deswegen dauert es habe ja immer so bisschen länger nicht wundern ach das hier da haben wir es doch das hier ist es genau dann haben wir mein lieblingszeichen weil es sehr einfach ist einfach nur ein strich und jetzt geht es glaube ich simpel weiter weil das glaube ich kirby heißt auf japanisch aber ich tue es trotzdem mal wieder verwurzeln deswegen gucke ich immer genauer nach und zwar das hier genau und dann kommen noch zwei kleine striche neben dran alles klar dann haben wir ein kleines er und zwar das hier ist wirklich klein geschrieben so ich nehme mal so er weil das so ein schritt nicht wundern dann haben wir wieder dieses eine zeichen hier so dann haben wir diese sieben die hier und ein kleines also das hier in klein so alles klar das klappt alles klar wie gesagt ich muss hier mal ein bisschen vergleichen mit dem wo ich das abschreibe weil die zeichen immer so ein bisschen anders aussehen aber dieser waren zum glück keine zu komplizierten zeichen dabei und ja ihr seht es sind zwei im vergleich zu anderen immer nur fünf apfel juwelen anstatt zehn aber ich meine apfel juwelen ist eine apfel juwelen man sie geschenkt bekommt nimmt man doch gerne mit oder nicht und ja dieses passwort ist natürlich auch wieder limitiert also noch mal für die leute die jetzt hier zum ersten mal vielleicht reinschauen die passwörter laufen ab die haben ein verfallsdatum wenn man so will und zwar geht dieses passwort bis zum 31 mai 2021 und da habt ihr halt ja bis zu dem tag wo dieser dieses video kommt habe ja locker zwei monate zeit dafür und ja weil ich will es immer wieder erwähnen ich habe immer wieder kommentare von leuten meistens manchmal auch auf englisch natürlich die da einfach nur schreiben funktioniert nicht geht nicht ja dann guckte das video an und lerne warum es nicht funktioniert weil es halt einfach zeitlich begrenzt ist ist halt einfach so aber gut dann ja dann hoffe ich hat der papi der gefallen ich hoffe ja ihr könnt mir gerne daumen hoch geben gerne abonnieren falls ihr mehr von superkirby gleich passwort videos sehen wollt wo ich so wenig auf jeden fall bis zum schluss machen werde bis gar keine passworte mehr kommen werden ich bin mal gespannt wann das passieren wird und nicht vergessen mal schön die glocke zu aktivieren ja habe ich schon gesagt ja ich bin schon wieder raus ja und was ich halt sonst noch mal sage ich tue immer freitag und samstag auf twitch streamen immer ab 18 uhr manchmal auch mittwochs je nachdem und ja dann sehen wir uns auf jeden fall bei einem nächsten passwort video ciao ciao